Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Thief! Wir sind jetzt bei Folge 22 und im Haus der Blüten angelangt, beziehungsweise beim Eingang des Hauses der Blüten. Da geht es ziemlich weit runter. Aber den Boden kann ich so ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr den auch sehen könnt. Bei mir ist die Helligkeit ja genau richtig eingestellt. Äh, nicht zurück zur Stadt. Nicht Anzeige, Helligkeit, genau. Oder auch nicht, jetzt ist es gerade irgendwie anders. Mach mal ein bisschen heller. Anzeige, was gibt es denn hier? Navigationsaufforderung, beendet die situationsabhängigen Navigationsindikatoren für Bewegung ein. Könnte ich eigentlich mal machen, dann passiert sowas wie mit dem Schrank nicht mehr. Also beim Nachlass einer Lady. Wenn ich da nämlich lang gehe, dann steht da L2 drücken, um zu klettern. Interaktionsaufforderung. Wegpunktmarkierungen, Gefahrensymbole, Gegnergesundheitsanzeigen. Zeig den Gesundheitsstatus von Personen und Tieren. Ich mag Lebensbalken nicht. Übersichtskarte, Bleibblend während, du spielst die Übersichtskarte ein. Ja, die können wir ein- und ausschalten. Übersichtskarte Drehung. Lass ich mal an. Fadenkreuz. Auch anlassen. Journalaktualisierung. An, an, an. Lichtkristall. Objekthervorhebung. Beutefunkeln. Gesundheitsanzeige. Transparent. Immer an. Transparent. Das wäre super, wenn es verschwinden würde, wenn man es nicht braucht. Also ich habe volle Gesundheit, einen vollen Fokus oder verbraucht es nicht und dann verschwindet es einfach. An, 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 an. Okay, wo geht's hin? Darunter? Ah, hier durchzwingen, okay. Mal wieder den Balken anheben. Kann man ja auch nicht drüber steigen. Schönes Level-Design, das muss ich dem, muss ich echt sagen. Ich mag die Grafik von dem Spiel. Und so einen gotischen oder viktorianischen Stil hat das. Mag ich eigentlich ganz gerne. Herunterspringen. Könnte ich machen. Muss ich vermutlich machen. Ich brauche was zu trinken. Brauchst was zu trinken. Oh, schöne Bilder. Kann man aber nicht mitnehmen. Schade. Ich friere. Das gefällt mir mit der Animation hier. Wupp, wupp, wupp. 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 Na hallo, was bist du denn? Das ist der kälteste Sommer aller Zeiten. Oh, jetzt ist die Animation weg. Oh, jetzt ist sie wieder da. Ich sollte erst in Madam's Gemärchen suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Ein Königreich für den Kaffee. Die schlafen ja alle hier. Okay, wie komme ich hier am besten weiter ohne gesehens zu werden? Ich muss in Frau Chow Chows Büro. Noch einen Becher mitnehmen. Rufobjekt. Okay. Und einen Löffel. Und einen Handschwiegel. Du kennst doch in Madam's Regeln. Die Waage wird nicht angepasst. Und wenn deine Schicht vorbei ist? Was machst du denn? Ich gehe heim. Und hole mir einen runter. Wie immer. Was für eine kalte Nacht. Kann er sich einen runterholen ohne Gold. Wir haben noch unser Leben und die meisten unserer Zähne. Die meisten? Das ist ja ekelhaft. Der Opiumkübel ist fast leer. Hilfst du mir ihn aufzufüllen? Ich mache nur noch kurz die Getränke fertig. Danach helfe ich dir. Ziemlich viel Opium. Wenn ich die Pumpe überlaste, gibt's für alle süße Trocken. Hinter dem Tank ist ein Mechanismus. Fuck. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder den letzten Spielstand geladen habe. Ich will das endlich mal schaffen, ohne entdeckt zu werden. Und das gerade eben war einfach nur unversehen. Oh man. Na, komm. Lade. Lade, Lade, Lade. Ich sollte erst in Madam's Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesetzt. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Der Rücken bin. Der Rücken bin. Der Rücken bin. Der Rücken bin. Hier wieder den Löffel klauen und dann den Handspiegel. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Die schlafen nicht. Ihr seid zum ersten Mal hier. Wie schön. Äh, was? Woher weißt du das? Ich trage eine Maske. Ich habe nicht euer Gesicht angesehen, Sir. Wahrscheinlich haben die alle anderen Geschlechtskrankheiten. Wahrscheinlich haben die alle anderen Geschlechtskrankheiten. Vielleicht gibt's hier noch irgendwelche Kostbarkeiten. Aber es ist ja unwahrscheinlich. Wieso gehst du mir aus dem Weg? Mann, Susi. Du kennst doch Madams Regeln. Die Ware wird nicht angefasst. Hm. Und wenn deine Schicht vorbei ist? Was machst du denn? Ich geh heim und hol mir einen runter. Wie immer. Puh. Ich hab wohl zu viel Mohn erwischt. So, ich hoffe, dieses Mal werden wir nicht runterfallen. Ich hoffs, ich hoffs, ich hoffs. Und ich glaub fest daran, dass ich es schaffe, da langzuklittern. Ohne runterzufallen. Da können wir uns verstecken. Oder wir gehen da hoch. Der Opiumkübel ist fast leer. Hilfst du mir, ihn aufzufüllen? Ich mach nur noch kurz die Getränke fertig. Danach helfe ich dir. Ziemlich viel Opium. Wenn ich die Pumpe überlaste, gibt's für alle süße Träume. Hinter dem Tank ist ein Mechanismus. Ich muss die Klappen bedienen. Hinter dem Tank. Madame sagt, wir sollen immer unter die Masken sehen. Aber die sind alle so paranoid. Am besten ist es, wenn sie einschlafen, bevor sie fertig sind. Jedenfalls kann man sie dann leichter zeichnen. Da ist der Mechanismus. Ich muss irgendwie das Licht ausmachen. Aber das Licht geht wahrscheinlich vom Kessel aus. Fünf Wochen war Lord Van Vernon jetzt schon nicht mehr hier. Dem geht's gut. Reiche Leute kriegen keine Sterne. Ich mach mir um sein Herz Sorgen. Jedes Mal, wenn er mich nackt sieht, denke ich, dass er gleich sterben wird. Kannst du dich mal mit den Getränken beeilen, ihr helfen und dann verschwinden? Ich will die nämlich nicht umhauen. Hast du Duke Thorburn heute schon gesehen? Bei Madame's Bonus für Extras könnte ich den Mann merken. Er redet ständig von seinem Vetter im Schatzamt. Wenn du das machst, kannst du deine Bettwäsche eine Woche lang einreichen. Aber sein langweiliger Freund Horatio Dingens ist hier. Der Mechanismus ist da. Ich musste diese Woche schon für drei Männer Dockschweide spielen. Die Ärmsten. Zuhause kriegen sie's nicht besorgt und nach Skin Market trauen sie sich nicht. Kommt schon, Leute. Ich will euch nicht umhauen müssen. Dieser Lord Robert. Schrecklich. Ich kann einfach nichts mit ihm anfangen. Ach, Mann, oh. Ich hab gedacht, damit könnte ich die ablenken. Ich will keinen Ärger. Wo ist denn das Licht? Vermutlich nur Ratten und laute Ratten. Wir sind viel zu schreckhaft. Ah, jetzt geht's weg. Kann ich die Nerven verlieren. Nicht jetzt. Puh. Oh, ich hab den Hegel betätigt. War das jetzt alles? Ohne mal irgendwas anderes zu machen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was ich machen muss bei dem Kessel. Ich hab den Schalter betätigt, aber die Leute schlafen irgendwie nicht ein. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nein, hier ist niemand. Meine Nerven spielen verrückt. Da war niemand. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Was warst du denn da? Was warst du denn da? Was warst du denn da? Ich glaube ich hab's vermasselt, oder? Ich bin neuerdings so müde. Ich mein, das ist das Opium. Das hätte ich wahrscheinlich in den Kessel tun müssen, bis vor ich den Schalter umlege, oder so. Achso, da ist ein Vogel. So, was muss ich hier machen, damit das Opium, also damit ich zu viel Opium in den Kessel kriegen kann. Habe ich's versaut? Muss ich neu anfangen hier? Kann ja eigentlich nicht sein, dass ich ständig neu anfangen muss. Da geht's nicht hoch. Ich hab gedacht, der kommt jetzt hier lang. Ey, ich glaub ich hab's irgendwie versaut, oder? Wer hat das gemacht? Ja, nackte Brüste. Ja, nackte Brüste. Ja, nackte Brüste. Und ich glaub ich hab den Kessel zu früh umgedreht, oder sowas. Ich hab da bestimmt irgendwie erst noch Opium reinfüllen müssen, oder sowas. Das ist jetzt doof gelaufen. Weil irgendwie muss das doch gehen, alle zum Schlafen zu bringen mit dem Kessel. Unvorteilhaft. Er hat einen Speicherpunkt angelegt. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Da hinten ist was. Was die wohl in den Eintopf werfen? Ich meine ja mit hinter dem Kessel hier. Ja, hier. Nehme ich mal an, da ist ein Schalter. Vielleicht muss ich den betätigen. Dann hätte ich gar nicht laden müssen. Aber es hat ja sowieso nichts gebracht, das Laden. Er hat ja einfach gespeichert, als ich in den Schrank gegangen bin. Kommen wir mal wieder zu. Achso, das ist nur der Lichtschalter. Wo geht's denn hier lang? Ich wollte das Zeug noch. Aber du kannst mir keine Gegewehrkässe leisten. Opium für das Volk. Also Opium braucht das Volk. So, ein Glück haben wir eine Maske auf, alle anderen sollten jetzt eingeschlafen sein und ich verstehe hier fast kein Wort. Das ist so laut hier, alle schlafen, schreien die denn auf einmal? Achso, die pennen ja jetzt alle ein, stimmt ja. Kann ich ihre Ohrringe klauen? Verständlich gelten die jetzt alle als tot oder sowas. Irgendwas Banales. Sie hätten ihnen nicht so aufgeschrien. Das ist die Harfenlady. Gut. Dann kann ich mich ja hier in Ruhe umsehen. Kommt vorher, der Vogel schläft auf. Machen wir mal die Tür hier zu, dann ist es etwas leiser wahrscheinlich. Ah, schon viel, viel besser. Viel, viel, viel besser. Gut, dann haben wir Zeit uns so umzusöhnen. Lolololo. Hey, du hast deine Tasche. Meine. Mein Aschenbecher. Zumindest hier im unteren Stockwerk sind alle im Schlafen. Ob das im Stockwerk auch so ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber. Hier waren wir schon. Hier war nix. Ein bisschen Schrank, da können wir knacken. Ein paar Parfüm. Behälzer. Noch mehr Schränke. Brieföffner. Was ist hier? Ein Schrank, bei dem wir uns verstecken können. Auch schlafende Leute. Eine Haarbürste. Damit können wir uns die Haare schön machen. Oder wahlweise verscherbeln. Er hat nichts bei sich. Eine Urne. Ein Löffel. Hier ist doch so viel Zeug, das könnte man noch alles mitnehmen. Das ist ein Bild. Könnte man ausschneiden, mitnehmen. Aber will man nicht, also will Garrett nicht. Gibt sonst das Spiel die Option nicht für. Fünflakon nochmal. Noch eine Brosche. Hier geht's hoch. Da, 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 da. Wir sollen da hinten hoch. Da geht's weiter, oder? Wer flüstert denn hier eigentlich noch? Geht ihr das auch im Hintergrund? Ist das Flüstern? Irgendwer flüstert hier noch. Aber wir schlafen doch alle. Gut, jetzt müssen wir da hoch. Aber ich geh mal da hinten hoch. Aber ich geh mal da hinten hoch. Was ist denn hier? Hallo? Ich sehe, heute arbeiten zwei neue Blüten. Ja. Peach und Neroli. Gute Mädchen. Dann hoffe ich, das spiegelt sich in euren Abgaben wieder. Aber ihr habt sie in diesem Quartal schon zweimal erhöht. Die Probleme auf den Straßen machen uns allen das Leben schwer. Ja. Es wäre doch ein Jammer, wenn eure Opium-Lieferungen plötzlich in Stocken gerieten. Ihr bekommt euer Geld noch heute Abend. Gut. Wenn ich warten muss, hätte ich gern was aufs Haus. Etwas Junges und Saftiges. Ich schicke euch Blüte, Jasmin. Jasmin ist mir zu alt. Ich will was Jüngeres. Nein. Blättchen arbeiten nicht direkt mit den Kunden. Das wisst ihr. Legt ihr mein Gesuch etwa ab? Ihr bekommt eure Steuer. Doch selbst ihr werdet die Regeln meines Hauses befolgen. Jasmin wird euch jeden Wunsch erfüllen. Das sollte sie. Bereitet alles vor. Oh. Und ähm. Ich nehme die Colibri-Suite. Hahaha. Dass euch noch niemand getötet hat. Lely Xauxau ist ein Mann. Interessant. Der Diebesfänger-General ist im Haus. Aber eigentlich nicht in demselben Flügel wie wir. Hoffe ich zumindest. Es fällt jetzt noch auf, dass sie alle schlafen. Aber da müsste er ja auch schlafen. Das Opium kommt nicht mehr aus dem Ding. Aus den... Aus den Rohren. Schlafen auch alle. Ein Parfümflakor und eine Haarbürste. Da ist ein Glück nichts, sonst müsste ich vielleicht über die drüber steigen. Eine nackte Frau, eine Brücke. Tüten. Was haben wir hier? Noch mehr Tüten. Da da da. Noch ein Parfümflakor. Noch ein Bild. Sonst ist hier nichts. Aber ich habe gerade gesehen, wir könnten den... Den... Die Lampe ablassen. Wie heißen die denn nochmal? Da kommt irgendwie das Wort Garten schon auch in den Kopf. Und ich weiß nicht wieso. Oh, da habe ich was vergessen. Sonst ist hier nichts, wie es aussieht. Da können wir nicht klettern. Das hier alles schlafen macht alles viel einfacher. Machen wir wieder zu. Coils Kombination. Klient Benedikt Coil, Sternzeichen Krone, das Haus der Blüten erfüllt all eure Wünsche. Coils Kombination? Nicht Einladung oder so. Ist hier sonst noch irgendwas? So ein Schrank. Hier flüstern immer noch Leute, aber wo ist ja alles schlafen? Das ist irgendwie verwirrend. Gut, da waren wir gerade eben drin. Moment mal. Ah ja, da kommt's Opium raus. Geht's runter. Geht's rein. Das ist wahrscheinlich Lady Xauxau's Ding. Gemach. Hier ist noch ein Brief. Liste der Konstellationen, eine Liste der Konstellationen am Nachttimmel. Aha. Matrosenlaterne 118, Schurke 025, Schlüssel 704, Krone 573, Reiter 329, Winterreiche 444, Galgen 281, Händlerbörse 966, Home5 und Trommel 650. An dieser Stelle ist die Seite abgerissen. Aha. Das heißt, hier ist irgendwo ein Safe oder was? Das heißt, die Leute mit Krone haben, also Coil als Sternzeichen Krone, kommt Dokumente, Kapitel 3. Sternzeichen Krone, seine Kombination ist also 573. Gut, äh, gut, da können wir noch rein. Dann sind wir hier oben. Auch schön. Sieh an, was haben wir denn da? 1 Mark Kranz. Ein goldener Ring verziert mit zahlreichen Marken. Wieso liegt denn sowas hier oben? Gut, sonst ist hier nichts, glaube ich. Ja, hier muss ich aber leider auch Schluss machen. Wir sind schon bei der 30 Minuten Marke und meine Stimme versagt langsam. Das heißt, ich bekomme so langsam Halsweh, wenn ich nicht schnell was trinke. Also, bis dann. Tschüss.